Ein Neuwagen besteht zu ca. 80% aus Teilen von Zulieferern. Einer dieser Zulieferer ist Rheinmetall Automotive. Wir liefern Motorkomponenten für die Serienfertigung aller großen Automobilhersteller. Doch auch Premiumteile halten nicht ewig. Was passiert, wenn diese Teile ausfallen? Dann kommt der freie Ersatzteilmarkt ins Spiel. Den beliefern wir, die Motorservicegruppe. Als Tochtergesellschaft von Rheinmetall Automotive sind wir die Vertriebsorganisation für Motorkomponenten und liefern unsere Markenprodukte über den Großhandel an Werkstätten in aller Welt. Wie machen wir das? Zum Beispiel so. Ein LKW ist bereits mehr als 2 Millionen Kilometer gefahren und bleibt mit einem Motorschaden liegen. Die Gewährleistung des Herstellers greift nicht mehr. Deshalb kommt der LKW in eine freie Werkstatt. Der Motoreninstandsetzer stellt fest, dass ein Satz Kolben ausgetauscht werden muss. Doch er weiß nicht genau, welchen Kolbentyp er als Ersatz bestellen muss. Er fragt beim Großhändler nach und der wendet sich an unsere Servicehotline. Nach einer ausführlichen Beratung weiß der Großhändler Bescheid und verschickt die benötigten Kolben und der Motoreninstandsetzer kann den Motorschaden reparieren. Wir sind aber nicht nur zur Stelle, wenn ein LKW schlapp macht, sondern auch, wenn ein PKW dringend ein Ersatzteil benötigt. Zum Beispiel, weil die Motorkühlung eines Fahrzeugs in Spanien ausfällt. Der Wagen landet in einer freien Werkstatt. Schnell stellt der Mechaniker fest, dass die elektrische Wasserpumpe defekt ist. Er setzt auf ein Premium-Ersatzteil von Pierburg. Doch sein Großhändler hat das Ersatzteil nicht auf Lager. Deshalb nutzt der Händler den Express-Versand unseres Online-Shops. Von unserer Zentrale in Neuenstadt aus senden wir die benötigte Wasserpumpe nach Spanien. Innerhalb von 24 Stunden ist das Ersatzteil vor Ort. Gleichzeitig gelangen mehr als 10.000 Motorkomponenten jeden Tag in über 130 Länder rund um den Globus. Zuverlässig und pünktlich. Zum Beispiel in die USA. Nach 240.000 Kilometern geht bei einem Kleintransporter die Ölkontrollleuchte an. Sein Besitzer braucht das Fahrzeug täglich und bringt seinen Transporter zu einem Motoreninstandsetzer. Bei der Zwischenüberholung wechselt der Experte die Zylinderlaufbuchsen, Kolbenringe und Pleuellager. Und setzt auf Markenprodukte. Um beim Einbau keinen Fehler zu machen, schaut er sich die technischen Videos auf unserer Webseite an. Auch unsere Serviceinformationen, die wir in vielen verschiedenen Sprachen anbieten, helfen Ihnen bei der Montage. Mit unserer mobilen App hat er auch von unterwegs Zugriff auf unser technisches Know-how. Mit Einbauhilfen, Videos und der Suche nach Händlern und Ersatzteilen. Wir unterstützen unsere Kunden aber nicht nur online, sondern auch vor Ort. Unsere Technik-Spezialisten sind weltweit unterwegs und schulen Großhändler und Werkstätten mit technischem Know-how. Tausende Kunden schätzen unsere kompetente und persönliche Beratung. Mit 600 Mitarbeitern liefern wir 75.000 Motorkomponenten und Expertenwissen aus einer Hand. Nicht nur für Pkw und Nutzfahrzeuge, sondern auch für Landmaschinen und sogar Industriemotoren. Motorservice macht derzeit einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro pro Jahr. Kurz gesagt, wir halten Motoren länger am Leben. Jeden Tag. Und sichern mit unseren Ersatzteilen weltweit die Mobilität.